Hallo Leute, ich suche nach Mädels, Models, Schauspielerinnen, wer auch immer Lust hat, bei meinen YouTube-Streams mitzumachen, bei meinen YouTube-Videos. Und das ist so ziemlich egal, wo ihr aus Deutschland seid. Näher München, Bayern ist natürlich am besten, aber wenn ihr von weiter weg kommt, dann zahle ich euch auch gerne den Flixbus. Ja, worum geht es? Einfach nur Spaß haben, Content kreieren für YouTube. Wenn es sich so ergibt, dann kann man das auch öfters machen, wäre ich sehr froh drüber. Und man redet über alle möglichen Tö-Tö-Tö-Tö-Themen im Chat, kann man auch mitmachen. Ich habe schon wieder ein bisschen Nase zu, ich steige aber gleich aufs Fitness-Fahrrad. Was für meine Beine tun. Und Manipu macht auch mit. Ja, wer Lust drauf hat. Ich kann zum Beispiel die Energie-Massage nochmal zeigen. Ja, oder irgendwelche Sketches, die man sich zusammen ausdenkt. Ich hatte letztens wieder so einen geilen Ideen für einen Sketch, aber den konnte ich nicht alleine machen. Ja, deswegen suche ich Leute, die einfach mitmachen wollen. Es wäre natürlich total genial, wenn jemand in der Nähe wohnt und mitmachen will. Aber ich mache das auch gerne nur einmal, wenn jemand von weiter weg kommt. Wie gesagt, so die Kosten drumherum, das zahle ich dann kein Problem. Tja, ich freue mich. Und danach gibt es noch, heute Nachmittag gibt es dann noch ein Sleil ASMR, wie gestern versprochen. Und wenn ihr jemanden kennt, der gerne mitmachen würde, auch so über Skype oder so. Also ich habe es am liebsten direkt, wenn die Person da ist. Aber auch per Skype. Und da haben sich ja auch schon ein paar Leute gemeldet. Wenn ihr Skyped habt, dann ist mein Skype Daniel Travolto. Das ist ein alter Künstlername, den ich hatte. Da kann man mich erreichen. Oder einfach anschreiben per Facebook oder irgendwas, dann klappt das schon. Ich finde das immer witzig. Es gibt so Perioden, wo man sehr leicht jemanden findet, der mitmachen will. Und dann ist manchmal wieder so Sendepause. Aber ich glaube, das hängt immer so ein bisschen von der Popularität vom Kanal ab. Wenn es jetzt 50.000 Abonnenten oder mehr wären, dann wäre das, glaube ich, überhaupt kein Ding. Aber man muss immer machen, immer versuchen, auf das, was mit Spaß hat, was einem Bock macht. Also jetzt schwinge ich mich aufs Fahrrad und danach gibt es Seil ASMR. Und dann schauen wir, was der Rest des Tages kommt. Vielleicht machen wir ein paar andere Videos. Ich habe etwas, was saugeil ist, was in Sachen Kryptowährungen neu ist. Mal schauen, ob ich drüber rede. Überlege ich mir noch, wenn das viele Leute interessiert, dann schon. Also wenn ihr das sehen wollt, dann sagt ja, 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 in den Kommentaren. Dann passt das. Bis bald. Bis später.